Ein tolles Produkt, das könnte ich gerade gemacht haben. Hi Alex. Hallo. Kannst du mir da mal schauen, ob 100% Bio oder nicht? Ja, mache ich gerne. Du hier am liebsten. Danke, dann gehe ich zurück zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Okay, passt. Ciao. Ciao. Aus dem Grund bin ich von Wien hergezogen. Die Tätigkeiten gefallen mir irrsinnig gut. Die ganzen Vorgänge, die im Joghurt oder im Käse passieren, sind einzigartig. Also es ist schon toll, was wir da machen dürfen, auch gerade mit der großen Maschine. Und weg externa bin ich da noch zum Schnupperen hergekommen. Also da können Probe jetzt wirklich neidisch werden. Ja, wer weiß, vielleicht werde ich auch mal Abteilungsleiter. Der Florian, der macht jetzt auch gerade den Meist. Es ist schon toll, was die Elisabeth inzwischen alles kann. Dahin wird man schon immer wieder toller unterstützt. Dadurch kann ich natürlich schon immer alles bekommen. So, Flo, was ist denn? Aber sicher, die Beckenhälter passen noch mal wieder. Ja, cool, jetzt machst du eh bald den Meister. Dann habe ich welches mal würdiger Nachfolger. Ja, so als mal Kreifachmann oder Lebensmitteltechniker, hast du natürlich schon ein Sprungblatt auf dem Chefsersli. Wenn ich so zurückdenke, meine Kameraden, die wir mir gelehrt gemacht haben, die sind jetzt alle in Führungspositionen. Und was natürlich nicht vergessen darfst, unser Beruf ist brutal interessant und abwechslungsreich. Ich muss leider schon wieder, ich muss zu meinem Lehrling aus, ich muss einer zeigen, wo bei der Kuh da älter hängt. Kannst du es geschnuppern? Kannst du es geschenkt? Untertitelung des ZDF, 2020